Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind hier in Nordmar, also beim Hammerclan angekommen. Eine Schnapsbeere. Hier haben wir... So, Augtöter, Augtöter, Krieger, Krieger, noch ein Augtöter, Jäger, Jäger. Hier haben Vareto. Er ist oben an der Schmiede. Okay, ich suche übrigens Xardas. Ich suche Xardas. Xardas? Niegelt. Frag beim Wolfclan. Sie kommen im ganzen Land herum. Okay, und was ist los? Was ist los? Wir haben ein Problem mit Orks. Darauf wäre ich nie gekommen. Hey, nicht frech werden. Die Schweine haben unsere Miene besetzt. Und ich muss sehen, wie ich sie daraus bekomme. Du brauchst Hilfe? Du brauchst Hilfe. Gut, dass du dich freiwillig meldest. Wie wäre es, wenn du dir ein paar Leute schnappst und die Mine freimaust? Ähm, was soll ich tun? Was soll ich tun? Du und deine Männer stürmen das unsere Tal. Dort ist der andere Zugang zur Mine. Ich und meine Männer? Ja, wenn es so einfach wäre, könnte ich es auch selbst machen. Du solltest dir ein paar Männer suchen, die dir helfen. Alleine hast du keine Chance. Wo kriege ich die Leute her? Ich habe niemanden über, sonst hätten wir es schon gemacht. Vielleicht helfen die anderen Clans. Frag doch mal. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Okay, ähm... Ich speicher einmal, bevor ich ihm die andere Frage da stelle. Warum soll ich ihm helfen? So, warum sollte ich dir helfen? Warum sollte ich dir helfen? Weil du eines unserer Schwerter haben möchtest. Die Orks haben den Ofen. Ohne Ofen keine Schwerter. So sieht's aus. Okay, ich werde dir helfen. Du und deine Männer werden den Laden von unten hochnehmen. Was ist mit euch? Wir werden warten, bis ihr so weit seid. Dann nehmen wir sie in die Zange. Ihr von unten, wir von oben. Ich gebe dir Mord nicht. Er zeigt dir den unteren Eingang. Du kannst dich auf ihn verlassen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Okay, mach ich vielleicht später. Aber ich will mal hoch ins Dorf. So, warte mal. Jäger. Ork-Töter. So, noch ein Ork-Töter. Noch ein Ork-Töter. Was haben wir noch hier? Hier sind auch noch welche? Kämpfer. Kämpfer. Krötenwurz. 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 Jäger. 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 Was passiert, wenn wir die Schmelze jetzt schon eigentlich frei machen? Sind dann die Orks uns allesamt dann feindlich gesünd? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich erstmal nur Xaras finden. Und genug Skill-Punkte für alles haben. Aber das wird eine längere Aufgabe sein. Was ist das denn für... Normales Erz... Also blaues Erz. Oh, Krötenwurz. Noch Krötenwurz. Dämonenpilz. Noch ein Dämonenpilz. Was haben wir da? Krötenwurz. Äh... Erzader. Hör bloß auf mit der Scheiße. Kriegen wir auch 10 Stück jetzt? Am besten du erledigst das selbst. Vier Erz. Okay. Krieger. Kämpfer. Jäger. Jäger. Kämpfer. Kämpfer. Hey, du! Du kommst doch von draußen. Was willst du? Hast du Nachricht von den Schürfern? Sie sind überfällig. Nein. Verdammt. Ich hoffe, sie haben keine Probleme mit den Orks. Ich hätte sie begleiten sollen. Ich habe Erfahrung mit so etwas. Äh... Was für Schürfer? Was für Schürfer? Volker und seine Männer. Sie sind außerhalb des Dorfes und suchen nach Erz. Solange die Orks in unserer Mine sitzen, ist es die einzige Chance für den Clan an Erz zu kommen. Du bist Schürfer? Du bist Schürfer? Ja, einer der Besten. Wenn ich kein Erz finde, gibt es auch keins. Ähm... Kannst du mir zeigen, wie man schürft? Kannst du mir zeigen, wie man schürft? Kannst du mir mal zehn Erzbrocken geben? Verstehe. Zehn Erzbrocken also. Ja. Aber ich mache aus dir auch einen richtigen Schürfer. Versprochen. Oder hat Erz eigentlich selber? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir zu zweit losgehen. Oder einen Kämpfer. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich warte hier auf dich. Ähm... Da haben wir ein mächtiges Problem. Ich will erst mal alle kennenlernen hier. So. Wer wohnt nicht hier? Hier gibt es Spitzhacken und Rot. Hier könnte man pennen. Okay. Am besten du hältst dich nach Hause. So. Noch ein Jäger. Noch ein Kämpfer. Noch ein Kämpfer. Oh. Waldbäre. Nehmen wir mit. Gibt es hier sonst noch jemanden? Am besten du hältst dich nach Hause. Am besten du hältst dich nach Hause. Oh, Töter. Okay. Hat mich aber nur böse angeguckt. Hör bloß auch mit der Scheiße. Kämpfer. Kämpfer. Das ist eine Schmiede. Ist hier jemand? Ah, hier. Ingwer. Ich bin Ingwer. Schmied und Erzschmelzer. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach Xardas. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Kommt ihr aus Nordmar? Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer soll das sein? Xardas ist Magier. Frag mal beim Wolfsklan. Die kennen sich hier am besten aus. Ihre Jäger durchstreifen das ganze Land und bekommen eine Menge mit. Okay, ähm. Ich will Erzschmelzer werden. Ich will Erzschmelzer werden. Du? Du hast nicht die Zeit und nicht genug Ausdauern, um ein Schmelzer zu werden. Ich kenne Typen wie dich. Abwarten. Die Ausbildung dauert mindestens zwölf Jahre. Meistens sogar länger. Hast du so viel Zeit? Nicht wirklich. Also schlag dir das aus dem Kopf. Okay, was muss ich tun, um Erzwaffen zu schmieden? Was muss ich tun, um Erzwaffen zu schmieden? Ich nehme an, du meinst Waffen aus reinem Erz. Waffen für Helden. Klar, was sonst? Du brauchst vor allem Erfahrung. Erfahrung und einen guten Lehrer. Es gibt nur noch wenige, die diese Kunst beherrschen. Sie haben alle bei mir gelernt. Also, was muss ich tun? Als allererstes brauchen wir die Mine zurück. Dann sprechen wir uns wieder. Am besten hilfst du bei der Mine. Ich will handeln. Ich will handeln. Ich musste meine Waren in der Mine zurücklassen, als die Orks kamen. Die paar Reste, die ich noch habe, verkaufe ich dir gern. Okay, dann zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn hier? Ein Zweihänder. Ein Breitschwert. Was ist das? Orksschlechter. Ah, hier kriegen wir die Orksschlechter her. Okay, was haben wir hier? Erz. Zweihänder. Kubinklinge. Und Zweihänder. Ja. Nordmahnbus. Geschosschaden 160. Okay, aber komm, wir können die hier verkaufen. Dann die hier. Dann das Ding. Den behalten wir. Warte mal. Okay, wenn es das Schwert haben wir nicht aus Versehen mit verkauft. Hier behalten wir alles eigentlich eher. Was haben wir hier? Was bin ich brauchen? Die Zähne. Und die Pokale. So. Hier klingt nur so wenig. Mir schade ein bisschen. So, ähm. Erstmal den wieder. Den wieder ausrüsten. Dann den hier wieder. Okay, Ingwer haben wir auch schon mal kennen gelernt. Noch ein seltsamer Pilz. Wer ist das? Jäger. So, Jäger. Kämpfer. Und wer ist das? Tja. Oho, Besuch. Ja? Komm her. Lass dich anschauen. Du siehst kräftig aus. So wie es sich für einen Mann in Nordmar gehört. Kannst du es mit einem Ork aufnehmen? Natürlich kannst du das. Sonst wärst du nicht bis hierher gekommen. Männer wie dich können wir hier brauchen. Ähm. Gibt's Probleme? Das kann man wohl sagen. Orks haben unsere Mine besetzt. Mitsamt dem Ofen. Der ganze Stolz unseres Clans ist in den Händen dieser haarigen Bastarde. Unsere Vorväter würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie davon wüssten. Äh. Was unternimmt ihr wegen der Mine? Was unternimmt ihr wegen der Mine? Wir machen die Orks fertig. Zugegeben. Zur Zeit sieht's nicht gut aus. Aber wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin hält Reto die Orks in Schach. Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Klar. Jeder, der eine Axt halten kann, ist herzlich eingeladen. Melde dich bei Reto. Er sagt dir, was zu tun ist. Okay. Äh. Was bekomme ich für meine Hilfe? Was bekomme ich für meine Hilfe? Magst du Gold? Du bekommst eine ganze Truhe voll Gold. Mehr als du tragen kannst. Mehr als ich tragen kann? Ach egal. Und wenn du alles mitnimmst. Ich brauche das Zeug nicht. Okay. Ich suche übrigens einen Schmied. Ich suche einen Schmied. Dann bist du hier richtig. Auch wenn die Orks unseren Ofen haben, ist Ingvar der Erdschmelzer immer noch ein Meister seines Fachs. Seine Klingen sind über die Grenzen unseres Landes berühmt. Das hat uns gerade noch gefehlt. So, nur Ork-Töter hier. Was? U-Golf. Du bist der Fremde. Wenn du einen Platz zum Pennen suchst, bei mir in der Hütte ist noch ein Platz frei. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Gesellschaft habe. Äh, was bist du denn für einer? Was bist du denn für einer? Ich bin U-Golf. Der beste Ork-Töter, den dieses Dorf je gesehen hat. Was machst du dann hier oben? Suppe kochen und trinken. Ich gehe nicht mehr auf Ork-Jagd. Okay. Gibt es einen Grund für deinen Ruhestand? Gibt es einen Grund für deinen Ruhestand? Ich hab's geschworen. Auf meine Axt. Klingt bescheuert. Ist es auch. War eine Wette. Was für eine Wette? Was für eine Wette? Eine Flasche Stollengrollen. Ohne zu Boden zu gehen. Kein Problem, hab ich gedacht. Denkste, das Gesäff hat mich K.O. gehauen. Und frag nicht nach Sonnenschein. Was ist Stollengrollen? Was ist Stollengrollen? Das ist der fürchterlichste Schnapps, den es gibt. Ein hellen Zeug, sag ich dir. Äh, wo gibt es hier? Äh, was gibt es hier zu holen? Was gibt es hier zu holen? Du bist genauso wie ich früher. Immer darauf aus, was abzugreifen. Egal wie viel Ärger man auch bekommt. Was ist? Gibt es hier was? Klar. Was suchst du denn? Ähm. Erz. Erz. Ganz in der Nähe. Beim Wolfsklan gibt es ein kleines Tal. Dort kommt das Erz bis an die Oberfläche. Wenn du eine Spitzhacke hast, brauchst du es nur abzubauen. Das Tal liegt etwas höher. Du musst über einen umgestürzten Baum klettern. Hm. Wahrscheinlich bist du einfach nicht hart genug. Kann das sein? Wahrscheinlich bist du einfach nicht hart genug. Was? Willst du mich beleidigen? Wer keinen Schnaps verträgt, hat da draußen noch nichts zu suchen. Jetzt reicht's. Hast du schon mal einen Stollengrollen getrunken? Wenn du es schaffst, das Zeug runterzukriegen und stehen zu bleiben, gehe ich mit dir da raus. Die Wette gilt. Äh. Vorher. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Hey, ich bin dein Mann. Keiner von den Typen hier kann mir das Wasser reichen, wenn es darum geht, einem Ort den Schädel zu spalten. Für 50 Erz zeige ich dir, wie es geht. Okay, die handeln hier mit Erz. Okay. Speichereimer, bevor ich mit ihm diese Wette mache. So, gib mir einen Stollengrollen. Gib mir einen Stollengrollen. Meinst du, ich bewahre dieses Zeug in meinem Haus auf? Viel zu gefährlich. Wir brauen uns hier zusammen. Dazu brauche ich noch ein bisschen Kram. Was? Hier. Zutatenliste erhalten. Warte, das waren ja hier Zutatenliste. 20 Schnarchbeeren, 2 Minecrawlerzang und 2 Brocken Erz für den Späum. Die Saufenerz. Als wenn das so einfach wäre. Ich weiß. Du solltest meinen. Ja, gut. So, ähm. Warte, das ist wieder Stainer. Du suchst bestimmt Ingmar. Er hat seine Schmiede weit da oben. Was ist mit dir? Bist du kein Schmied? Klar. Aber ich gehöre nicht zu den Schmelzern. Brauchst du was? Äh. Was ist ein Schmelzer? Was ist ein Schmelzer? Erzschmelzer. Gute Schmiede gibt es in Nordmar mehr als genug. Was die Waffen aus Nordmar wirklich besonders macht, ist das Erz. Die Erzschmelzer sind die einzigen, die wissen, wie man das Erz für den Schmied vorbereitet. Sie machen die Rohlinge. Genau. Nur die Schmelzer können echte Erzrohlinge herstellen. Okay, äh, ich will Erzschmelzer werden. Ich will Erzschmelzer werden. Dann musst du mit Ingmar reden. Er entscheidet. Aber er nimmt nicht jeden. Du musst gut sein. Sehr gut. Ja, ja. Okay, äh, bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. Okay, der kann mir nicht dabei bringen, was ich haben will. Ich will eine Waffe. Ich will eine Waffe. Ich habe nur Standardware. Gute Waffen gibt es bei Ingmar oder den anderen Schmelzer. Aber wenn du Erz hast, kann ich dir eine Rüstung verkaufen. Ähm, ich will eine Rüstung für mich. Ich will eine Rüstung für mich. Gut, das kostet nicht 100 Erzbrocken. Gute Ware hat ihren Preis. Zeig mir deine Ware. Was haben die hier? Erstmal diesen Helm. Okay. Leichte Nordmar-Rüstung. Nordmar-Rüstung. Und hier, äh, schwere Nordmar-Rüstung. Dann Zweihänder. Ein Breitschwert. Auch schlechter. Elba Staru. Ja, gut. Wer ist das? Noch ein Schmied. So, das war doch das Haus von den einen da. Äh, Ketil. Willst du was kaufen? Äh, irgendwelche Probleme? Irgendwelche Probleme? Kann man wohl sagen. Die Orks bringen alles durcheinander. Ich habe beim Wolfsklan eine Ladung Felle bestellt. Wofür? Stainer braucht Rohstoffe für eine neue Rüstung. Was für Fälle? Was für Fälle? Bison-Fälle, schweres Leder, verstehst du? Er braucht ein Dutzend von den Dingern. Wenn du sie mir bringst, beteilige ich dich am Gewinn. Sagen wir, äh, zwölf Brocken Erz. Einen für jedes Fell. Okay, bei wem bekomme ich die Fälle? Bei wem bekomme ich die Fälle? Also, es ist mir egal, woher ich die Fälle bekomme. Vom Wolfsklan oder von dir. Fell ist Fell. Aber wenn du nicht selbst jagen willst, sprich mit Rune. Er ist der Lagermeister des Wolfsklans. Okay, zeig mir deine Ware. Was hat er sucht? Nordmarer Nebelgeist? Sonst hat er nichts Besonderes. So. Hier haben wir noch einen Jäger. Komm, ich lege mich mal hier pern bei ihm. So, bis zum nächsten Morgen. Ähm, ja, ich... Wo geht's denn wieder runter? Darum? So, dort nehmen wir mal mit. Hier noch eine Waldbeere. Mit dem Urz. So, und... Da haben wir auch noch wieder was. Mit Pelznessel und... Oberblatt. Ich glaube, ich speicher einmal. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal... weiter runter. So. Vom Wolfsklan... Wir sind am Wolfsklan vorbei, Richtung Hammerclan einfach. Wollten eigentlich zum Kloster. Oder hier hin. Beziehungsweise... Ich vermute, das führt zu Xadas. Ich wette, hier ist Xadas Turm. Oh, was haben wir denn hier? Wo führt das denn hin? Ich seh schon Blut, das halt... Hier sind schon mal Orks. Ich wette, das führt zur Mine. Dein Kopf gehört mir. Bleib still. So, komm. So, ihr müsst einmal kurz übernehmen. Während ich was puddere. So. Wer ist das hier? Anführer. Jetzt muss ich kurz Abstand halten. Ich weiß jetzt nicht, ob die da alles überleben werden. So, was mit dem? Das ist jetzt ein bisschen zu viel hier. Für mich. Zum Sehen. Da haben wir noch... Okay, da ist auch... Da sind zwei hin bei mir, ja? So, ich brauche mal eure Hilfe. Hallo. Ich habe Besuch mitgebracht. Okay, den haben... So, dann gibt es da unten noch welche. So, komm. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn die jetzt alle tot sind... So, ein Moment. Okay, jetzt haben wir sie alle. Jetzt ist nur... Ähm, nein, 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 schnell weg. Da kommt noch jemand. Ich hoffe, jetzt kein... Niemand wichtig ist, das tut. So, ist jetzt nur diese eine... Org-Magier hier. Vermahne. Oh, 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 oh. Dem hast du es gezeigt. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, Klingenstab. Keine. So, jetzt ist nur die Frage... Ähm, ist immer noch Kampfmusik? Kommt da noch jemand? So, hier sind noch ein paar Pfeile. Wie lange dauert jetzt die Kampfmusik? Jetzt ist absolute Stille. Jetzt ist nur die... Okay, da ist immer noch Kampfmusik. So, ich habe jetzt nur keine Ahnung, wer jetzt hier alles draufgegangen ist. Ich hoffe, da ist jetzt kein wichtiger Charakter mit bei gewesen. So, einfach nur ein Krieger. Okay. So. Und ein Orktöter. Da. Da haben wir einen. Okay, gegen ihn allein? Schaffen wir. Alter, ist doch nicht sein Ernst. Ich muss hier kurz, äh, Abstand gewinnen. Jetzt wirst du bluten. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich glaube, du wirklich. Einige Dinge werden sich... Ich mach dich fertig. Geht schon gut los. So. Falsch. So, nehmen wir mit. Ah, ne, da ist noch einer. Ich bin gar nicht mal so schlecht. So, gibt es hier noch jemanden? So, äh, hier Pfeile nehmen wir mit. Ist immer noch Kampfmusik. Okay, immer noch Pfeile. Nochmal was fordern und dann gehen wir runter. So, speichern. Ist bis jetzt kein wichtiger Charakter gestorben. Da ist noch jemand. Noch zwei. Nein, bitte nicht beide gleichzeitig, ja? Hallo, ich brauche eure Unterstützung. So, den haben wir. Und hier ist noch ein Ork. Ich hoffe, der hat noch ein paar Pfeile abgekommen. So, wie viele gibt es hier noch? Da ist noch ein Pfeil. Kann das sein, dass das hier zur Mine führt? Ah, da kommen noch mal zwei. So, kurz was futtern. Wer findet den Weg? Nun, okay, beide. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Bleib schon. So, komm. Den hast du es gezeigt. Halt dann, wie viele Orks? Ne, jetzt einfach, wie viele sind die hier? Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, der bleibt da hängen. Wie viele kommen da noch? Ne, jetzt ernsthaft, wie viele sind denn dort? Die jetzt hier auf mich abgesehen haben. Da ist nur noch einer. Ich hoffe, das ist der letzte. Ne. Okay, das wird jetzt... Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, von denen ist jetzt keiner draufgegangen. Von den wichtigen. Der letzte Scheiße. Ich reiß dir den Kopf ab. Einige Dinge. Ah, ne, upgrade mich hat er jetzt. So, weg mit dem Schaman. So, level up. Jetzt ruckelt es sehr viel. Da ist ja noch einer. Wo kommen die denn jetzt her? Alter, von wo kommen die alle? Nein! Wann habe ich gespeichert gehabt? Verdammt. Aber echt, von wo kommen die ganzen Orks jetzt her? Die das ganze Dorf jetzt auch angreifen hier. Die kommen alle aus dem Nichts. Und es ruckelt auch extrem, während des Spielens hier. So, die waren auch hier unten hochgekommen. So, jetzt komme ich hier nicht hoch. Die Musik spinnt jetzt wieder. Das waren aber auch extrem viele von denen. Bleib still. Ja, ja, komm her. Ist das eine komplette Erz-Mini hier? Okay, jetzt, jetzt wird's schwierig. Hä? Wofür habe ich jetzt vorhin eine Erfahrung bekommen? Lars, warum nicht? Glaubst du wirklich? Dir werde ich helfen! Jetzt wirst du was erleben! So, komm, ich bin. Ah, jetzt kommen die Nächsten hier. So, wie sieht ihr jetzt den Falschen an? Alter, nee. Ich krieg mir das gerade auf den Sack. Keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll, hier jetzt. Mit denen. Aber von wo kommen die alle? So, eins esse ich noch mal. Speicher vielleicht so. So, hier haben wir noch einen Krusche Barock. Da lag noch was. Okay. So, noch eine helle Bade. So, wie sieht's jetzt mit dem aus? Krieg ich den? So, den haben wir. Hier wird nochmal gespeichert. Weil wir den jetzt erledigt haben. Da kommt schon der Nächste. Ja, ja, komm. Komm einfach her. Das wird wahrscheinlich eine lange Folge. So, da kommt schon der Nächste. Nochmal speichern. Ja, ich hoffe, dass der Kampf nicht lange dauern wird. Das mit der Parade nervt mich oft. Ich brauche jetzt ein bisschen Ausdauer. Okay, überstanden. Hier, da kommt einer mit einer Armbrust. So, wenn ich hingehe. Ich glaube, ich würde jetzt einmal einen Heilprang nehmen. Und doch mal was fordern. So, und speichern. Jetzt wirst du bluten. So, keine Fonds geben. Waffe zu wechseln. So, Orkarmbrust. Speichern. Wir haben jetzt ein Level abbekommen. Jetzt kommen die alle hierher. Nein, nicht den Krieger. Also den Orkrieger, aber nicht den normalen. So. So, einmal speichern. Und mal gucken, wer jetzt noch kommt. Beziehungsweise hier hinten auch noch mal kurz gucken. Ob hier irgendwer kommt. Hier jemand angegriffen wird. Hier wird keiner angegriffen. Okay. Wir greifen ja die Orks von oben an. Alter, wie viele tote Orks hier jetzt rumliegen. Wo sind die alle? Hier sind sie. Wo sind sie? Da. So, den haben wir auch erledigt. Nochmal speichern. Ich hoffe, die kommen jetzt alle wieder von hier unten. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Da kommen mir gerade viel zu viele. Das wird heute definitiv eine etwas längere Folge. Wenn das mal 800 Erfahrung. Okay, jetzt wird es wieder problematisch. Ne, 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 alles gut. So, hier nochmal was trinken. Bevor der da ist. So, da sind wieder viel zu viele. So, machen wir erst mal den da. So, was mit dem? So, nehmen wir wieder alles mit. So, Bolzen. So, Bolzen. So, nochmal kurz speichern. Und einmal kontrollieren, ob hier oben jetzt angegriffen wird. Ne, hier oben wird noch nicht angegriffen. Ne, hier oben wird noch nicht angegriffen. Angst habe ich so, weil der Schamane kommt. Da ist er schon. Ne, du bist kein Minenschef. So, okay. So, okay. So, komm. Den werden wir schaffen, oder? Was hat der sonst? Zweihaltrink, perfekt. So, nochmal was puttern. Wir haben den Minenschef erledigt. Ja, die sollen bitte mitkommen, ja? Ich werde dich zertreten, wie einen Rauch. Ich werde dich zertreten, wie einen Rauch. So, komm. Oh, ne, jetzt kommen da noch mehr. Äh, Leute, ich brauch Hilfe. Ich reiß dir den Kopf ab. Na, wach. So, den haben wir. Geht schnell jetzt. So, und ich. Ich hab's immer noch drauf. Ja. Alle erledigt. Ich hoffe, das war's jetzt mit denen. So. Nochmal. So. Dicken Heiltrank. Ich hoffe es. Obwohl die Musik hört nicht auf. Das heißt, hier müsste noch irgendwo jede Menge geben. Einmal speichern und gucken, ob hier jetzt noch mal jemand kommt. Ne, hier oben kommt jetzt keiner. Aber guck, wo kamen wir alle frohen? Haben die sich nicht irgendwie noch einen anderen Weg gesucht? Und wo bekomme ich noch mal Erfahrung? Töten die hier auch immer wieder noch mehr Orks? Ich bekomme von irgendwo Erfahrung aus nichts. So, ich hoffe, das war's jetzt langsam. Das sind mir wirklich... Das sind sehr viele Orks. Okay, die sind oben. Jetzt wirst du was erleben! So, von wo kommen die? Mach hier keinen Ärger, klar? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Wollt ihr wohl damit aufhören? Oh, das ist ja nicht. Äh... Okay, da... Warte, wer ist denn das? Nein, nicht den... Nicht ihn angreifen. Den... Noch ein Anführer. Alter, okay, jetzt hat er mich erwischt. So, noch ein Heiltrank. Ist denn der Schlau? Ist denn der Schlau? Ist der Schlau? Der Schlau? Ah! 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 Da, wo kommen die alle her? ok von den menschen oder bin ich gut so reto lebt noch okay alle einmal guten wir auf jeden fall die geld geben schlacht dabei hatte jetzt erst mal gucken ob da oben noch gekämpft wird ich speichern noch einmal so störe mich nicht ich wollte jetzt nicht mit dir reden sondern mit denen das auch bald rot reto er ist bald rot das heißt wir dürfen jetzt nicht mehr allzu oft hier hoch mit denen aber es dürfen jetzt auch nicht mehr so viel üblich sein ich will auch sind noch hier unten das bringt nichts so ich hoffe du bist der letzte nein da kommt noch einer da kommen noch zu viele das sind mir viel zu viele ich hoffe reto überlebt hat so so ähm ich mach dich fertig dir werde ich helfen so 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 da ist der nächste noch ein Anführer so da ist der nächste alter alter da kommt noch mehr nein reto nein wann habe ich gespeichert alter das ist der nächste alter der das ist der nächste weil es einfach nicht aufhört mit den orcs keine ahnung wann das jetzt gespeichert war ein anführer haben wir schon mal hier hier das heißt da kommt noch mehr wir haben auf jeden fall schon zwei Anführer ich speichere lieber hier einmal ich hoffe reto lebt noch also das entlaub geht den haben wir getötet jetzt ist nur noch der da ne komm komm hier hin so den haben wir ja ich speichere vielleicht einmal so ich hoffe der der kriegt es nicht hin da vorbeizukommen ok der kommt da nicht vorbei ist schon mal gut das heißt wir können speichern so nochmal was futtern bevor die anderen kommen das wird echt ein langer das wird echt ein langer vielleicht nochmal den und jetzt nochmal speichern noch ein Schamane noch ein Schamane das bringt das bringt nichts so das ist ein normaler ok alter das war knapp das war knapp wo das ist der das ist der das ist der das ist der bevor die nächsten kommen beziehungsweise noch mal speichern vielleicht wenn diese folge ich jetzt zwei stunden dauert werde ich das in zwei teilen da kommt schon der nächste anführer doch du bist der letzte nein gut dass wir genau gespeichert hatten gerade immerhin das heißt wir müssen nicht den ganzen miss hier von vorne machen so die du es auch schon gleich leer ein schluck vielleicht noch so einmal essen und noch mal essen gleich muss ich zuerst den schamanen da ausschalten so der anführer ich versuche die mal jetzt alle hoch anzulocken nach oben ich hoffe es kommt jetzt kein schamane ich glaube ihr aber auch oder vielleicht ich glaube immer nach oben es liegen hier aber auch zu viele tote ich reiß dir den kopf ab so ok so den anführer jetzt wo ist er denn da hinten ich habe es immer noch drauf ok nice speichern da hat wird aber eine klasse loot partie nachher so kommen schon die nächsten auch hier hoch der schamane müsste da wahrscheinlich jetzt auf dem weg sein ich hoffe der findet bitte lass der letzte sein bitte das waren so viele orks ich hoffe wirklich dass das jetzt der letzte ist aber die musik hört einfach nicht auf oder du nein da kommt noch mehr ich hoffe der ist nicht in der lage zu treffen ich hoffe der ist nicht in der lage mich zu treffen ok das wird ein schwierigerer kampf gegen beide ok hier da oben sind die auch wieder am kämpfen ich höre das so einmal heiltrank und wo kommen die ganzen orks her die hier rum kommen ne hier leben sie noch ist äh peto noch am leben das kann denn schon groß passieren anführer ok kato lebt er lebt noch ok 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 ok